Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutella und schau mich wieder für euch in Battlefesten unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Angelsack-Opening. Ich habe ja in letzter Zeit schon einige Säcke aufgemacht und bin dabei, die letzte Angel noch rauszuziehen, die ich brauche für meinen Transmog. Und dementsprechend machen wir heute 20 weitere Säcke auf. Insgesamt sind wir jetzt schon bei 220 Säcken, die ich aufgemacht habe. 0,3 bis 0,5 Prozent ist etwa die Drop-Chance. Das heißt, mit weiteren 20 Säcken müssten wir bei 220 sein. Also wir gehen mit großen Schritten so langsam auf die 300 zu. Und ich hoffe, dass ich vor 300 Säcken diese blöde letzte Angel habe, dass ich diese blöden Angel-Dailies nicht mehr machen muss. Und jetzt gucken wir mal rein. Hier sind einmal 9, dann 18 und quasi nochmal 2. Ich habe immer schön beide Dailies gemacht, also einmal die in SW und die hier in der Garnision. Und ich würde sagen, schauen wir mal rein, Nummer 1 ist nix, Nummer 2 auch nicht, 3 auch nicht, Nummer 4, 5, 6, bitte 7, 8, 9. Ich glaube, ich habe mich verzählt, es müssten eigentlich schon 10 gewesen sein. Ja, es müssten jetzt 10 sein. Okay, jetzt die nächsten. Come on. Ich glaube, die hier, die dunkleren Säcke, das sind die aus der Garnision, die haben eine Ticken höhere Chance. Da ist es, glaube ich, bei 0,5. Und bei den bisschen helleren, hellgrünen Säcken, da ist die Chance bei 0,3 Prozent. Also eigentlich müssten das hier die besseren Säcke sein. Drei noch. Komm, bitte. Puh, okay, das waren jetzt wieder 20 Säcke und wir haben leider bis auf ein paar graue Items und ein bisschen Crap nichts rausgekriegt. Dann sind wir jetzt bei, wie ich vorhin schon zusammengegangen habe, 240 Säcke und bis jetzt leider erst eine einzige Angel. Also ich hoffe, dass wir vor den 300 Säcken zumindest die zweite Angel noch kriegen. Sonst wird das eine sehr, sehr leidige Angelegenheit. Ja gut, ich werde wieder ein paar Säcke sammeln. Ich merke mich dann wieder, wenn ich quasi wieder ein kleines Opening machen kann mit 20 Säcken. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder. Eutela, bis zum nächsten Mal. Ciao.